Oh, der hat nicht mal sein Schwert. Oh Mann, jetzt haben wir ihn getötet und er war so geschockt, dass er nicht mal sein Schwert in der Hand hatte. Hey, ihr Hüllenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir spielen auf der Map Beach. Ich habe das Kit Enderman ausgewählt. Zuerst hatte ich ein Random Kit ausgewählt. Also man kann das jetzt auswählen, dass man ein Random Kit bekommt, aber dann dachte ich mir so, naja, wenn jetzt doch der Redstoner oder sowas kommt, dann ist das natürlich nicht so geil. Oh, wir haben einen Drank des Direktschadens bekommen. Da könnt ihr uns eventuell helfen. Wir sind heute mal der Enderman, den habe ich ganz, ganz lange nicht mehr gespielt. Also richtig brutal lange nicht mehr. Bitte was? Fünf Diamanten, Junge? Oh mein Gott, das hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, fünf Diamanten, das hatte ich schon lange nicht mehr. Also das ist ja hier echt mal wieder ein Weltwunder hier. Also das geschieht mir nicht so oft. Fünf Diamanten, das hatte ich glaube ich noch nie, außer einmal, glaube ich. Fünf Diamanten in einer Kiste. Okay, das ist jetzt auch neu, das hier steht, die Schutzzeit endet in 40 Sekunden. Sonst war ja immer 60, 30 und 15. Gut, wir haben aber noch genügend Zeit. Wir könnten uns jetzt natürlich ein Eisenschwert machen und einen Dia-Helm, aber das machen wir natürlich nicht, weil wir gehen hier jetzt natürlich nicht YOLO-mäßig einfach drauf. So, wir sind Enderman, das dürfen wir nicht vergessen. Hier eine Angel, dann könnten wir ein bisschen angeln. Einen Goldapfel haben wir auch noch. Oh mein Gott, also schlecht ausgerüstet sind wir heute ja nicht. So, naja, schlecht ausgerüstet, das möchte ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber also Glück haben wir auf jeden Fall gehabt, was wir jetzt am Anfang bekommen haben, mit diesen Extrastuffs. Extrastuffs. Ich nenne das immer gern Extrastuffs, weil das für mich keine Sachen sind, die man sich so leicht aircraft, sag ich mal. Okay, er leckt rum. Oh, da haben wir einen Tod. Ja gut, äh, das habe ich jetzt natürlich ein bisschen überschlafen hier. Äh, oh mein Gott. Ja klar, ist bei mir gleich kaputt mit dem Bogen. Okay, und tot ist er. Davon ist der nächste Gegner. Wir können jetzt natürlich einen Goldapfel essen, wir haben nämlich zwei. Oh mein Gott. Haben wir auch einen Bogen? Nein, wir haben leider keinen Bogen. Das ist sehr, sehr schade. Und es leckt ein bisschen, kommt mir vor. Okay, und der nächste ist tot. Okay, das geht hier ja ruckzuck heute. Aber, äh, upsala, so. So, aber ich bräuchte auf jeden Fall mal ganz kurz eine Pause, weil ich komme nicht mehr zusammen so. Also wir brauchen jetzt erstmal hier ein Dings, den hier brauchen wir. So, dann sind wir jetzt ja schon mal ganz gut ausgerüstet, ja. Ähm, die Spinnweben könnten runter, das hier könnte auch runter, aber wir haben leider keinen Bogen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Okay, der hatte unsere Ausrüstung gesehen und dachte sich so, nee, das will ich nicht. Ähm, hey, ich bin dein Freund. Ah, wir sind ja Enderman. Oh, der hat nicht mal sein Schwert. Oh Mann. Jetzt haben wir ihn getötet und er hatte, er war so geschockt, dass er nicht mal sein Schwert in der Hand hatte. Oh nein. Sollen wir jetzt mal da hochporten? Aua. Jetzt habe ich Schaden bekommen. Ich habe noch immer den Drang des Direktschadens. Aber ich gehe einfach mal auf die E-Gamer. Das war nämlich der, der vorhin weggerannt ist. Komm her. Nein. Jetzt bekommen wir ihn nicht. Weil er einfach immer im Kreis rennt. Nee, das tue ich mir nicht an. Oh, und da ist er tot. Und den Bogen, den hole ich mir jetzt sofort. Perfekt, jetzt haben wir einen Bogen. Ja, perfekt. So Leute, jetzt haben wir einen Bogen. Ähm, 182 Blöcke sind die Spieler entfernt. Und dann haben wir auch noch zwei Diamanten. Jetzt sortieren wir hier erstmal aus. Also den ganzen Schiat hier brauchen wir nicht mehr. Ähm, wir machen uns jetzt einfach YOLO-mäßig. Und machen uns den dritten Goldapfel. Ich meine, alle guten Dinger sind drei. Und dann finde ich, dann könnten wir uns den schon mal ein bisschen reinziehen. Äh, das hier sind schon mal die wichtigsten Sachen, die wir jetzt unten brauchen. Vor allem den Drang hier. Ich glaube, dass der uns schon sehr weiterhelfen könnte. Ähm, jedoch finde ich... Okay, einen Wassereimer hätten wir da. Switcher. Ne, ich glaube, das reicht, was wir hier unten haben. Ich glaube, ich muss da nicht noch mehr machen. Auf jeden Fall schlecht ausgerüstet sind wir schon mal nicht. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht so ganz leckfrei läuft. Okay, ich habe jetzt einfach mal umgestellt auf Sichtweite 10. Vielleicht klappt das ja irgendwie besser, haben wir. Nee, XP... Tut mir leid. Ähm, ich habe gesagt, ich bin ein bisschen erkältet. Und dann ist das halt leider so. Aber ich denke, ihr könnt es verkraften. Oh, da ist er tot. Haben wir jetzt das verzauberte Dierschwert bekommen? Nee, haben wir nicht. Oh, Bann. Aber das macht wenigstens... Oh, hier, es sind noch Tränke. Die möchte ich haben. Noch einer. Noch so ein Direktschadensdrank. Oh mein Gott, wir haben lauter Direktschadensdränke. Also hier war auf jeden Fall ein Magier dabei. Und ich möchte das Ganze jetzt eigentlich schnell anzünden hier. Stirb. Die ganzen Sachen müssen sterben. Alles muss sterben. So. Weil wenn ich das jetzt hier lasse, dann nimmt es sich bestimmt irgendein anderer. Und das wollen wir ja nicht. Okay, es leben noch drei Leute. Wir haben vier Goldäpfel. Ähm, ich denke mal, dass ich jetzt bei jedem Gegner einen Goldapfel essen werde. Und die zwei packe ich... Äh, ein, zwei, drei, vier. Okay. Weil dann habe ich hier unten zwei. Statt nur einen. Und ja. Die Leute denken sich, wir haben jetzt ein enchantliches Schwert. Das haben wir aber leider nicht. Da ist nur Bann oben und ich weiß überhaupt nicht, was sich das bringt. Ich glaube irgendwas wegen Monster oder so. Täusche ich mich da. Was ist hier heute los? Leute, guckt euch das an. Schon wieder so ein Drang. Also wir bekommen heute irgendwie die ganze Zeit Dränke des Direktschadens. Sollen wir mal einen Gegner nur so töten. Und dann ein Bogenschuss. Äh. Jetzt ist er tot. Nee, doch nicht. Okay, hinter uns ist jemand. Das ist ja schön zu wissen. So. Und jetzt viel Spaß im Jenseits. So. Ich habe gesagt. Legt euch nicht einfach so mit mir an. Es kommt mir so ein bisschen ruckelig vor. Ich weiß nicht, ob es euch auch so vorkommt. Schreibt es mir einfach mal in die Comments. Ich stelle die Sichtweite jetzt noch ein bisschen weiter runter. Ich habe ganz, ganz komisch wenig FPS. So. Und den? Oh. GG. Das war eine ganz schön krasse Runde, muss ich sagen. Ich meine, guckt euch das an. Wir hatten drei Tränke jetzt noch übrig. Äh, wo ist denn meine Sachen? Naja. Die sieht man dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber auf jeden Fall. Ach so. Kann ich die gar nicht droppen lassen. Ach, egal, Leute. Egal. Ähm. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr cool. Die Runde. Das war eigentlich wieder so eine richtige Runde, wo wir richtig viele Kills gemacht haben. Ähm, also wir gucken einfach mal eins, zwei, drei, vier. Und weiter hoch kann ich nicht mehr scrollen. Und, ähm, das waren schon einige. Das waren jetzt, glaube ich, die letzten vier. Also wir haben jetzt, die letzten haben wir alle getötet, glaube ich. Ähm. Ähm, ja. Wir haben gewonnen. Der Gegner hat geschrieben GG. Das bedeutet, er war nicht irgendwie böse. Hat uns als Hacker oder sonst was beleidigt. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ultramäßig über eine Bewertung nach oben freuen. Danke mittlerweile an 800 Abonnenten und an die Leute, ja, die da bei dem Premium-Gewinnspiel gewonnen haben. Ihr bekommt natürlich euer Premium. Ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben. Ähm, es ist so, ich bin derzeit arbeitstätig, ja, bla, bla, bla. Und, ähm, ihr bekommt das noch. Aber ihr müsst denken, ich kann mir das Geld nicht aus dem, ähm, ja, aus dem Arschloch ziehen. Und, ähm, somit kann ich einfach nur sagen, wartet noch ein bisschen. Ihr bekommt auf jeden Fall euer Premium. Ähm, ich habe eure engelben Namen. Danke, ihr habt mich hundertmal angeschrieben. Jetzt weiß ich den Namen. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Macht's gut. Haut rein und ciao.